Musik Guten Abend miteinander. Goatbäckermeister sind ein bisschen stolz auf die grosse Auswahl von den verschiedensten Brotsorten, Gipfeln, Wecklen usw., die sie jeden Tag offen frisch in die vielen Goatbläden ausliefern. Bevor man allerdings in so ein köstlich duftendes Stück Brot hineinbeissen, müssen ein ganzer Haufen Leute sehr früh aufstehen. Denn trotz modernen Produktionsanlagen braucht es immer noch viel Handarbeit. Hier wird der Teig für das gesunde Sechskornvollwertbrot geknettet, portioniert und eingeschnitten, bevor es dann im Ofen langsam und schonend nach der traditionellen Berufsmethode backen wird. Der Bedarf an Gipfeln und anderem Kleingebäck ist jeden Tag enorm. Darum müssen auch hier fleissige Hände zupacken, damit die verschiedenen beliebten Brötchen und Gipfeln rechtzeitig zum Morgen oder zu der Kaffeepause eintreffen. Aber nicht nur Brot in allen Varianten, auch Küche, Gegs und Türen werden bei Goatb nach den Regeln der Bäckerkunst hergestellt. Ein Beispiel dafür ist der Russenzopf, ein luftiges Hefegebäck mit einer feinen Haselnussfüllung. Wenn Sie es noch nicht kennen, ist die Gelegenheit jetzt günstig. Es gibt einen Bikob von Morna zum Aktionspreis. Nicht russisch, sondern eher militärisch geht es jetzt weiter in der Studioküche. Im Militär muss meistens alles schnell gehen und erst noch gut sein. Ein solches Rezept möchte ich Ihnen heute zeigen. Zuerst Eier mit Milch und Gewürze verquirlen, mit geriebenem Greyerzerkäse und ein bisschen Mehl gut vermischen. Rauchbrot schnitten mit Weisswein beträufeln. Mit dieser Käsemasse bestreichen und dann auf der Käseseite goldgell im heissen Fett backen. Auf dieser Seite auch mit der Käsemasse bestreichen und dann schnitten kehren. So. Die Militärkäseschnitten servieren Sie am besten mit Salat. Das Rezept, das wissen Sie ja, steht in der Koop-Zeitung von dieser Woche. Ein guter. So, das wäre es wieder mal gewesen. Wir danken, dass Sie für uns Zika haben und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Gerade anschliessend sehen Sie, was Sie bei Gob ausser dem Russenzopf von Morna wieder günstiger einkaufen können. Zum Anfang, das aktuelle Blumenangebot. In allen Koop-Blumenabteilungen gibt es auch einen Mini-Zymbidiestraus für nur 4,90. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Gob ein Liter Gob Erdnussöl statt 4,60 nur 3,95. Ein Gob Russenzopf statt 3,30 nur 2,60. Tantam-Flan im Duplo-Pack statt 1,5 nur 80 Rappen. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag, orange Sanguinelle im Netz an 2 Kilo nur 2,80. Zum Schluss noch ein interessanter Preisabschlag. Goldstarr-Boulet-Oberschenkel kostet nur 3,40. Auf Wiedersehen. Okay.